Es ist mega laut! Hi Guys! Welcome to my new vlog! Ich bin gerade in Eureka angekommen mit meinem Bruder. Und wir gehen jetzt an die Gameshow. Yes! Ich bin auch so excited! Wir warten noch auf Bubble Tea. Oh, by the way, my voice ist am Arsch. Wie ich krank war, schon wieder. Ich glaube, ich hatte das schon mal in einem Vlog. Ja. Runas ist einfach sehr. Aber ich finde das so speziell bei K-Pop. Dass alle schon so einen Family kennen. Das ist eben das. Ja. Mach mal auf meinem Lieblings-Channel von Instagram. Was ist das live? Oh, that's my account. Oh man. Brother supports me. Strawberry. Okay. Nimmst du den ersten? Das ist so schön. Das ist so schön. Wie ist der kleine Klo? Das schmeckt voll geil. Das ist geil, oder? Das schmeckt voll geil. Oh mein Gott. Das ist das. Wow. Ich kann mich selber aufpassen. Oh mein Gott. Das ist jetzt mal. Das ist jetzt mal. Das ist jetzt mal. In der ersten Minute ist jetzt Zeit. I'm so excited. Don't ask why I'm wearing like two belts. Or 40 belts. Is that so for cosplay? Cos? Sehr brav. We're tickets. Let's go. We're tickets. Let's go. Take care. pick really. Take care. nants Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Oh my god, I want this hoverboard. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das ist der Mario spricht. Das ist der, wo Mario spricht. Ich weiß nicht, dass er immer ihr voice macht. Oh mein Gott, du bist toll! Sehr schön! Ich habe meinen Freund gefunden. Sie haben alle aber das Kostpläger auch sehr schön. Schau mir dein Outfit. Ich bin der Zwilliger Jörg. Ich bin der Zwilliger Jörg. Oh! Oha! Nein! Weisst du wie peinlich es war vorhin? Mit dem Lauch also! Wir müssen Lauch haben! Wir müssen Lauch haben! Das sieht voll herzig aus. Really? Ich bin der Zwilliger Jörg. Ich bin der Zwilliger Jörg. Ich bin der Zwilliger Jörg. Ich weiss nicht, ob er mich hören möchte. Nein! Wir müssen jetzt gleich anstehen zum Essen holen. Ich bin einfach kungen. Oh mein Gott! Ultra fettig! Ich bin der Zwilliger Jörg. Oh mein Gott! Haha! Wir schreien vor und ihr schreit... Schreien! Oh Gott! Ich bin nicht mehr los. Show them what we bought! Evangelion 3.0 Oh mein Gott, ich sehe sehr müde aus. Ein Kollege von mir hat gerade geschrieben, er ist am Stehenhof. Jetzt gehen wir kurz vorbei und vielleicht bleibe ich noch länger. Er geht dann nach Hause, aber vielleicht bin ich nicht so am Moment. Oh, damn. I look like trash and I sound like trash. Ich bin einfach so krank geworden. Also, beziehungsweise, meine Stimme ist einfach voll am Arsch. Und, yeah, I just got home. It's now halb elf, glaube ich. It was a really nice day. I would definitely go again to the game show next year. Und vielleicht auch zu der Fantasy Basel, weil ich noch nie bei der Fantasy Basel war. Ja, dort muss ich sicher auch mal gehen. The more I talk. Dass es so schlimmer wird, meine Stimme einfach darum. Lass ich es jetzt einfach. Good night guys and hope you liked this vlog. Bye.